irgendwas was wer will die schon durchlesen so hier ist die toilette vom haus weil ich habe im ganzen haus noch keine toilette gesehen also müssen die mal alle hier ich habe einen guter Ort Räuchte mal wieder welche. Aha. Oh, stabiles Papier. Radio? Ne, kann ich nicht öffnen. Hier drin gibt es gar nichts. Okay. So was sie will? Wir müssen исpadnisty, zu biстр하려고, oder? Nóng ist es sehr schön, dass Sie sich im Hintergrund schon einmal zu sagen. Dies ist ein Teil des Untertitel von Nóng. Du bist dann schnell. Aber wenn du ihn nicht sehen will, muss er nicht einmal angregen. Ihr könnt den Geheimen von Nóng bringen. Wenn du nicht, dann ist jemand, dass jemand, der Weg in den nächsten Hohng, um sie zu dachen, kann man sich um ihn zu helfen. Ich werde das hier als die Zeit, weil du ihn nicht mehr helfen kannst. Ich habe keinen Geheimen. Wir werden uns mit einem Geheimen vertreten. Geheimen, was du? Geheimen, was du damit? Sie können sich mit uns helfen und sich, wenn ich dich so einfach zu helfen habe, dann musst du es mit uns helfen. Ich bin der Meinung, dass ich mich so helfen. Ich bin mir so einfach. Ich bin mir davon aus. Es ist mir so, wie ich mich zu helfen. Ich will nur noch einmal sein. Ich will nur noch einmal sein. Ich bin aber auch noch ein paar Sachen, was ich weiß, was ich bin? Was ist so? Ich will nur noch mal? Entschuldigung, ich kann mich helfen. Ich will ja nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so gut bin. Gehen, Gehen! Nein! Oh! 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 Schwing euch! Oh! 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 Cozy, ich bin Sie, du hast du doch. Du hast du schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Oh! 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 also sie hat ja gerade zugegeben dass sie alles dass die die mutter verarscht hat und so der geist ist jetzt in sie rein hat ungefähr ihre muskel zerfetzt und alles hat sie getwistet und wurde zu ihr nun blicke ich immer noch nicht warum dieser geist warum der überhaupt das macht also ich meine was habe ich gemacht dass der geist so auf einmal so aggressionsprobleme hatte schick doch ein herzenpark wegen der tuss hier alter die hat aber auch jeden abgeschlachtet oder ich auf der anderen seite hier gerade schick doch schick doch Ich hab ihn mit ihm zu erzählen. Ich hab ihn mit ihm zu erzählen. WTF? Die hat sich... WTF? Super Saiyan 7, Alter? Bruder? Also, ähm... Hä? Warte, gehört das dazu, dass ich jetzt gestorben bin? Ja, das gehört dazu. Ah. Was ist hier los, Digga? Was muss ich machen? WTF? WTF? Oh Gott, das war die falsche Tür. Wie viele Türen gibt es hier? Oh mein Gott, nein. Ah, das ist hier los. Ah, das ist hier los. Diese... Hure. Okay, müssen wir uns die Türen merken? Müssen wir uns die Reihenfolge der Türen merken? Ich bin... Ich weiß nicht mal, wo ich durchgegangen bin. Okay, warte, wir gucken, wir gucken. Okay, also. Also, ich gehe jetzt... Mitte. Äh, rechts. Äh, rechts. Mitte. 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 Oh Gott. Fuck. Junge, Alter. Nee, warte. Ja, Mitte. Jetzt, Alter. Mitte. 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 Ha. Ah. Junge, Alter. Fuck. Die macht ja gar nichts. Alter. Das hat sich geändert. Wir gucken jetzt mal, also. Also, Mitte passt ja schon mal. Rechts passt auch. Mitte. Mitte. Rechts. Mitte. Links. Mitte. Junge, wie schnell bist du eigentlich? Du, mir guck. Alter, du. Hure, Alter. Ähm, für die, die den Trick noch nicht raus haben. Auf dem Boden sind rote Schnüre. Und die gehen immer in irgendeine Tür rein oder in zwei Türen. Man muss immer die nehmen, wo kein Schnur reingeht. Doch. Also, immer auf den Boden gucken. What the... What the fuck, nigga? Ja! Puh, zum Glück habe ich eins genommen. Alter, dumme Kuh, lass mich ruhig endlich. Ich kann dich nicht befriedigen. Ja, ich renne schon, Bruder. Oh. Oh. Weich an. Alter. Oh. Hm. Gibt's dir ne miese Vorstellung jetzt? Nimm die Reihe hinten Oh Gott Oh Gott Also ich bin tot, weil ich hab keine Drogen mehr Alter Das ist jetzt Der Bossfight Okay Gibt's dir irgendwo Drogen? Alter Ich hab keine Lebensdinger, gell? Wollte mich doch verarschen Wie soll ich das ohne das schaffen? Hier oben was? Kann da nicht hoch Oh Announced it Okay, also die Puppe zeigt mir immer, wo sie auftaucht Schaff ich doch im Leben nicht dahin Alter, die sieht so creepy aus Also immer auf die Puppen achten Die zeigen mir, wo sie auftaucht Oh Gott Oh schon Ich hab zwei Nägel Oh ja Wieso kann ich hier hoch? Oh 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 Boah, boah, boah. Boah, boah, boah. Da. Zwarli falce. sie ist so creepy man wie schwer alter legt mich das problem ist ich will ich weiß nicht kann man also flackern die lichter immer gleich oft weil wenn ich das wüsste dann endlich abzählen weil das problem ist ich glaube jetzt der gruppe ich ich stehe die ab und die wenn es zu früh ist dann wechseln die gruppen direkt die stelle wo sie auftauchen soll guck dir das mal an scheiße man wo ja Ich hab schon wieder gewechselt. Keine Ahnung, ob es die ist. Nein, was? Ach so. Das heißt, ich lass den einen Nagel immer bei einer anderen, oder wie? Ach so, damit ich schnell... Ach so, okay, okay. Dass ich nicht aufsammeln, sondern zunächst rennen kann. Ja, stimmt. Das ist nicht leicht. Das ist echt nicht leicht. Wo, welche? Oh, dicker. Wie kann man das so schwer machen, Mann? Okay. Okay. Okay, nice. Cool. Nein. Es war so knapp gerade. Jawohl. Da hinten schaffe ich es nicht mehr. Preis drauf. Und wo kommt die links? Jawohl. Jawohl. Ich habe dich befreit. Du kleine Fotze. Stirbst du mal endlich? Jetzt. Lass mich hier raus. Hat euch die Vorstellung gefallen? Wir wollen ja Fotzen, Alter. So, hier bims. Hallo. Hier sind wir schon mal vorbeigelaufen. Da sehen wir. Alter. So. So. Sehen wir da den Dämon? Da hat doch die Turst immer getanzt und da sitzt der Dämon. Meine Fresse sieht ja creepy aus. Ja, wie die da rummachen mit ihrem... Ich stech dir ins Gehirn. Ich heult da ja während dem Tanzen. So. 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 Vielen Dank.